kapitel 10 auf dem wissenschafts deck oder der brücke wir sind ja jetzt wieder in der hydro kulturen dings boomster auf jeden fall für mich ist es schon ein paar tage her muss ich sagen und ich habe in die letzte folge reingeguckt nicht gut das shuttle ist tot jemand hat die navigationskarten entfernt insgesamt sind es drei die auf dem ganzen deck verstreut sind ich lade ihre positionen runter ich kann von hier aus nicht auf die türen zugreifen du brauchst also einen schlüssel der crew wenn du alle teile findest können wir das shuttle wieder flott machen und verschwinden das ist toll was ich sagen wollte ich habe in die letzte folge reingeguckt um zu gucken was wir gemacht haben und wir waren dabei ich sag oft im hammond wurde niedergemäht und wir wollten den flammenwerfer upgraden wenn ich mich nicht irre beziehungsweise ich habe ja nachgeguckt und deswegen gucken wir mal dass wir ein paar punkte sammeln ich bin ehrlich gesagt ein bisschen raus aber gucken wie es läuft kann man hier schon ahja laser kanone wie waren das hier okay weil ich meine das ist drei und zwei auf x ist nachladen hier muss man zielen und dann a drücken das ist ein bisschen umständlich aber gut wenn man es mal raus hat zwar nicht so tragisch wie sieht denn eigentlich unser bestand aus momentan wie die pack sind ganz gut munition ganz ordentlich und hier impuls munition impuls projektile geht auch so das hier sieht schon sehr verdächtig aus wie wo sind wir denn hier überhaupt in den gemeinschafts räumen super sieht trotzdem nicht sehr gemeinschaftlich aus ich habe angst die sitzen schon alle so das ist das gefällt mir nicht das ist ekelhaft wenn man die köpfe dann so nein ich will den kopf haben die nehmen kann und dann so an die wand feiern und die explodieren dann so widerlich das ist geholt sehr gut hier haben wir noch projektile von der story her bin ich ein bisschen raus aber ich hoffe ich werde mich schnell wieder einfügen gucken wir ob wir uns hier was besorgen kann ich meine wir müssen also wir waren auf der wailer zuletzt diese luft geflogen auch wo wir jetzt sind müssen ich habe ein neues objekt im shop was ist das denn was anzüge neues objekt aber was ach komm wir haben kein geld ich guck gerade mal nach wegen der mission shuttle reparieren da kommen wir nicht hin navigations karten und schlüssel der besorzung gut das kriegen wir hin da müssen wir ursprünglich lang und wir gehen zuerst hier lang damit wir auch nichts auslassen ich möchte auf keinen fall irgendwas wichtiges verpassen wird wir nicht so geil aber es scheint so als ob sie noch nicht weiter geht hier sowas dürft ihr mit mir nicht machen schlüssel der besatzung fehlt deswegen was war das kampfmusik was haben wir denn hier 0g basketball platz das klingt interessant sporttaschen spinne blut eingeweide leichenteile das übliche in der umkleide handzug 5 was haben wir eigentlich schon level an gerade wir haben level 4 sogar der level 5 war wie sah der da noch mal aus ich glaube der war einfach nur ein optisches upgrade von dem hier aber der level 6 der sieht ziemlich nice aus muss ich sagen vielleicht zeige ich schnell am ende noch mal wobei man den erst dann bekommt wenn man kann sich die durchlesen die es haben wollen man kommt den erst nachdem man es durchgespielt hat deswegen zeige ich dann vielleicht noch mal am ende nach den credits wie der aussieht so was muss ich denn hier machen überhaupt eintritt schwerelosigkeit erstmals dafür sammeln was haben wir hier schlagen wollte ich jetzt nicht unbedingt oder muss man aufpassen bei den fischern bei ihnen diese was die schießen ist noch einer da oben den schießen wir einfach mal über den haufen mein gott was soll das denn das hat mich jetzt gerade ein bisschen aus der fassung gerissen ich war auf so einen kampf überhaupt nicht vorbereitet psychisch und gefühlstechnisch aber wir leben das ist die hauptsache so dann push ich mich erstmal hoch mit der heilung das soll reichen was können wir denn jetzt hier machen geht da irgendwas oder so müssen hier auf den platten stehen wo fängt es an hier oben irgendwo eventuell ah hier start was müssen wir denn machen überhaupt spiel wird gestartet level 1 das ist aber auch mal nett das hat so ein bisschen feeling wie von diesem ach komm geh da rein jetzt wie von diesem auf dem schießt dann wo wir waren letztens letztens wollen vor was weiß ich wann ja ich finde es so in so spielen nebenan hat schon mal was was nettes wenn man wenn man ein bisschen unkonzept also ein bisschen zu konzentriert auf das spiel hier ich würde sagen wenn man einfach mal vom gemetzel und von der schlachterei eine pause nehmen kann und einfach mal basketball spielen kann in schwere losigkeit hat schon was 50 sekunden der war daneben eine kinetik mein kinetik modul ist noch nicht so extrem ausgebaut weshalb ich ziemlich spät ist die bälle bekomme aber wenn es wieder so ist ja auf dem schießstand dann müssen wir einfach nur jedes level gewinnen und kriegen dann irgendeinen preis am ende vielleicht wieser irgendeinen energieknoten oder sowas ich weiß jetzt nicht geht das nach punkten oder also hat das ein punkte limit oder einfach so lange die zeit läuft ja game aufwachen level 2 oh ist das assi okay das ist das ist mies das ist jetzt echt mies ähm da jetzt habe ich ich muss nur 15 dinger schaffen jetzt stehe ich ganz vorne das sollte hin mehr als 15 muss ich schaffen oder aber es sieht gut aus wir haben noch fast eine minute zeit und sind schon bei 14 von 15 also den highscore schaffen wir locker und müssen wir dann einfach nur 5 runden oder wieviel sind spiel oder müssen wir einfach nur also müssen wir immer wieder unseren eigenen highscore schlagen 5 runden einfach nur zu spielen ist jetzt nicht schwer vielleicht müssen wir auch in irgendeiner runde einfach nur eine gewisse punkte anzahl schaffen das war der falsche knopf schießen kann man auch game over was bekommen da kann ich nicht einfach bin ich blöd ähm ist da einer rausgekommen habe ich den verpasst oder so hallo da oben tolle wurst okay das ist jetzt mir ist da oben mir ist der arschig ich muss es schon aufmachen hallo nicht auch ach komm schon ich kann es es das ist oder das ist nicht Manchmal hängt es aber hier mit der Also manchmal komme ich nicht schnell genug An den Ran oder ich bin einfach nur zu blöd dafür Ich habe keine Ahnung Ich muss so ein kleines bisschen vorgreifen Mit dem Modul Aber nicht zu weit Und ich hatte hier gerade voll die Kampfmusik Jetzt nehme ich gerade ein bisschen Passiert hier jetzt was? War es das jetzt? Oder Darf ich das verstehen? War das mal ein Preis, gell? Oder kommt jetzt noch ein Ach, jo Müsst schon eins aufmachen Komm Komm, aber diesmal schaffe ich es Ich habe mit Sicherheit wieder 5 Level So wie So wie der Schießstand Wartest du in der Wailer? Woher war das woanders? Boah, ich kann mich da echt nicht mehr erinnern Weil Verdammt nochmal Ach nein Komm schon Das ist für mich selbst Ein paar Wochen her sogar Weil ich Probleme irgendwie Ach, das gibt es doch nicht Kann ich mich nicht mal hier an der Nase kratzen Komm Ich habe Probleme mit meiner Soundaufnahme Der hat den Sound Und nicht richtig durch das HDMI-Kabel transportiert Und Da war ich ewig auf der Suche nach einer Lösung Und jetzt habe ich einfach nur Das Kabel Ich hatte vorher so einen HDMI-Splitter Für PC PS4 Und Xbox Aber Ich habe das jetzt direkt Ach scheiße Direkt über das Ketchup-Ding laufen Ketchup-Ding Komm schon Und Scheint Ganz gut zu funktionieren Das ist jetzt Nein Scheiße Kriegen wir irgendwas? Obwohl Level 5 steht ja noch an Nein Mal gucken Ich glaube wir müssen einfach nur Generell 5 Runden spielen Und kriegen dann abhängig von unserer Von unserem Highscore Einfach ein Preis So und so viele Punkte bis so und so viele Punkte Nein Der war sch- Oh der war nix Scheiße Der war Für den Arsch Ja Komm 12 Punkte Hat der gerade 2 Punkte gegeben? 13 14 14 14 14 14 14 16 16 Der hat jetzt 8 Der hat jetzt 2 gegeben 20 20 Ja Manchmal geben die 2 2 Oh nicht schlecht Komm schon Die 2 Punkte Ich hab mir noch Komm 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 Das kriegen wir hin Oh ja 28 Und die 29 Obwohl die hat er nicht mehr genommen Oder was Ja und jetzt Na Noch ne Runde Echt jetzt Level 6 Ich dachte es sind nur 5 1 Also vielleicht 6 Level Gut Dann hab ich mich da wohl vertan Aber Schadet ja auch nix Es sind ja nur 2 Minuten Das kriegen wir hin Na Nein Verdammt nochmal Wenn ich den einmal verpasse Dann muss Dann geht mir wertvolle Zeit verloren Das ist nicht so geil Ich weiß es jetzt nicht Wie die Punkte Vergabe ist Von der Also Die Tabelle Wie viele Punkte Was ergibt Aber Ich versuche natürlich So viele Punkte Wie ich nur kann Zu holen Vielleicht knacken wir den Rekord Sogar nochmal Nein Der war Der war Okay Jetzt wird es schwer Sag mal Nein Okay Ich glaube jetzt kann ich mir Den Highscore in die Haare schmieren Okay Jetzt definitiv Scheiße Was war das denn Game over Den falle ich noch ein Komm Jetzt ist aber mal vorbei Oder Start Level 6 Level 6 Nochmal Echt jetzt Ach das müssen wir jetzt aber nicht machen Oder Ist ja kein Preis Ach da draußen Die Schränke Nee Komm Wollen wir mal da oben was Nee Gut Daלי Bar B B B B B